okay also hinten kommst du dann wieder runter oh mein gott ich bin oben dass das war es klang als auf dem fernseher gemacht wird dann haben mich ganz viele leute so das ist eine kamera jetzt sagt nicht die uhr war oben jetzt sagt nicht scheiße nein lass mich wieder weg heiß und fertig bin ungenießbar jetzt ist es blau scheiße wieso ist hier runtergefallen es war doch die waffe der atmet ganz laut und er ist riesig also wenn er nicht spiderman ist und sich hier hochhang jetzt habe ich so schnell den text weg gemacht ich gehe mal neues zeug holen die einheimischen hörten die stimme einer frau die mal weinte er lachte was schrieb okay ja was kann nicht mehr emf sein ja und weil wenn es nicht höher geht einfach gucken er fest alles an die hat die lärme da oben flachend scheiße er hand auf fucker kaffi Oh es schlimm Nee N一点 Nee 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 Nee, 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 nee. Oh, scheiße. Kannst du den Facken? Komm doch nicht so creepy einfach um die Ecke. Da stand aber das Viech. Das war doof. Das ist doch gemein. Was ist das hier? Don't blink oder was? Fuck you. Oh Gott, ist das schlimm? Okay. Alter, no. Die ist... What the heck? No way. No way. Das ist wie Scrabbit. Igitt. 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 So, letztes Licht, was ich anmachen durfte. Wiggle mal da hinten rum. Oh, Safi! Bist du verreckt geworfen. Da vorne ist es klein rot gewesen. Alter. Wollte, wollte, wollte. Clown. Igitt? Nein. Nicht schon wieder. Oh, no. Geil. Okay, ich hab Gott verdammt... Okay, ich hab Gott verdammt... Atem. Ich hatte Atem. Da. Also ist er hier drinne. Ah! Okay, das war gut. Mann! Machst du die nur zu, oder hattest du schon wieder? Okay. Ah, du schon wieder. Oh, scheiße! Pan! Peggy? Peggy, wenn du deine kack Freundin hier reingelassen hast, oder Schwester, oder was auch immer sie ist... Ah! Ah! Da, da, da! Nee, Leute. Jetzt steht hier einer am Schrank. Pass auf. Hammer! Und jetzt greift mich einer. Ah! Wer ist denn keiner von beiden? Oh, wie hier einfach überall Blut ist. Ist unsere Schwester dumm? Ah! Arsch. Wir kniftern einfach auf den Dachboden. Das ist doch gar nicht gruselig. Ah! 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 Mariusz!